UNTERTITELUNG Seid ihr bereit? Was hatte der Hubschrauber da zu suchen? Du hast dein Ziel erreicht, Haddler. Wir haben jetzt Generatoren. Wir geben doch jetzt nicht auf. Es geht weiter. Jetzt schaut die ganze Welt auf dich, Haddler. Jetzt ist es Zeit für dein Manifest. Oh mein Gott. Ein Mädchen. Das hier ist jedenfalls die Mappe mit den vorhandenen Informationen des ukrainischen Kinderheims. Wahnsinn! Tja, du wirst jetzt Mutter. Nur ist gerade alles so kompliziert. Du bist jetzt Mutter und niemand kann dich auf diesem Weg aufhalten. Die Sabotage an unserer Natur, die die Erderwärmung und die Übersäuerung der Meere verursacht, ist in der Tat ein Verbrechen gegen jegliches Leben auf der Erde. Die Bergfrau. Jetzt weiß ich allerdings, dass es da ein kleines Mädchen gibt in der Ukraine. Und das bedeutet nicht nur, dass die Verträge mit den Chinesen weiterverhandelt werden, das heißt, auch Rio Tinto vergrößert seine Beteiligung. Sie wiegt 22 Kilo und ist 97 Zentimeter groß. Dann hat es noch mit demrietig. Und das ist noch mit dem Hua. Dann hat etwas mit dem jaer Rest.